Das ist der Versicherungsfunk-Update für Mittwoch, dem 15. Juni, präsentiert von die Bepro, die Lösung für Bestand und Provision. HDI Global bekommt neuen Vorstand. Ende September wird HDI Global Vorstand Jens Wohltat in den Ruhestand eintreten und seine Aufgaben an David Hallen übergeben. Hallen ist dann für das gesamte Industriegeschäft der Teilungsgruppe außerhalb Deutschlands verantwortlich. Zudem wird Andreas Luberichs im besten gegenseitigen Einvernehmen zum 30. Juni 2022 aus dem Vorstand der HDI Global SE ausscheiden, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Maschinenbauunternehmen nur mangelhaft gegen digitale Risiken abgesichert Nur jedes dritte Anlagen- und Maschinenbauunternehmen verfügt über eine dezidierte Versicherung gegen neue Risiken der Digitalisierung. Das geht aus der Hiscox Smart Manufacturing Umfrage hervor. Dabei soll das Absicherungskonzept ständig auf dem neuesten Stand bleiben, da sich ansonsten eklatante Versicherungslücken ergeben. Denn laut Hiscox Schadenpraxis sind digitale Risiken inzwischen Ursache für drei Viertel der entstandenen Schäden im Bereich Smart Manufacturing. Die Bayerische erweitert Angebot in der Gewerbeversicherung Die Versicherungsgruppe Die Bayerische bietet ab sofort ein erweitertes Angebot branchenspezifischer Gewerbeversicherung an. Für die Branchen Gastro- und Hotellerie, Einzel-, Textil- und Lebensmittelhandel, Heilnebenberufe, Elektrikerinnen und Elektriker, Gebäudereinigung, Garten- und Landschaftsbau sollen vorgefertigte und individuelle Angebote parat stehen. Allianz Startup Digitalen Gesundheitsservice Allianz Partners Deutschland bietet Kunden in Zusammenarbeit mit dem Startup AirDoktor einen neuen digitalen Gesundheitsservice an. Dadurch sollen Versicherte im krankheitsfreien Ausland einen Arzttermin vor Ort vereinbaren können. Überdies sollen ihnen keine Kosten für eine medizinische Behandlung vor Ort entstehen. Die Bezahlung werde direkt zwischen AirDoktor und Allianz Partners Deutschland abgewickelt. DKM Es wird keine Doppelstockstände geben 14 Kongresse, 4 Themenparks, DKM Night, Warm-Up, Speakers Corner und neue Formate. Die Vorbereitungen laufen in allen Bereichen auf Hochtouren. Doch Doppelstockstände wird es in diesem Jahr nicht mehr geben, stellte der Veranstalter heraus. Der Grund? Während der hybriden DKM 2021 hätten viele Aussteller die Vorteile von Systemständen kennen und schätzen gelernt. So DKM-Geschäftsführer Konrad Schmidt Die DKM 2022 findet vom 25. bis 27. Oktober 2022 in der Messe Dortmund statt. Sterbegeldversicherer Dela übernimmt Monuta-Bestand Der niederländische Sterbegeldversicherer Monuta zieht sie aus Deutschland zurück. Versicherungsbestand und Kundenservice der Düsseldorfer wird der ebenfalls in Düsseldorf ansässige Versicherer Dela übernehmen. Für Vermittler und Kunden soll sich nichts ändern. Bis Jahresende ist Monuta noch Ansprechpartner. Und das war Ihr Versicherungsfunk-Update für Mittwoch, den 15. Juni, präsentiert von eBepro. Die Lösung für Bestand und Profession.